Sehr geehrte Damen und Herren, Erstgäste, Gelegenheitsgäste, Hausgäste und Stammgäste. Im Namen unseres Cafés heiße ich Sie und Euch herzlich Willkommen zur Ausstellungseröffnung von Noemi Kischs Arbeiten auf und mit Deppich. Nachdem, was ich im Laufe des Nachmittags so von unseren Gästen gehört habe, bin ich nicht der Einzige, wenn die Arbeiten von Noemi gefallen. Anstatt mich jetzt in Interpretationen über die Küste reden und ihr Werke zu verlieren, leite ich Sie lieber gleich weiter an Noemes Website www.noemekisch.at. Dort finden Sie alles, was Sie über Frau Kisch wissen wollen und auch viel mehr. Auskunft über Preise, die hier ausgestellten und andere Werke erhalten, Sie wie eine E-Mail-Anfrage unter office.noemekisch.at. Aber bitte erst am Montag. Oder Sie fragen Sie gleich hier heute Abend. Ich heiße Sie noch mal herzlich willkommen und eröffne hiermit die Ausstellung für das Buffet auch. Das ist ein Vielen Dank. Vielen Dank.